Hallihallöchen und herzlich willkommen zum nächsten Ressourcensuch-Part. Wir sind die letzten stehen geblieben auf der Normandy und wollten wieder ein paar Ressourcen suchen. Ähm, okay, nachdem ich hier mich vollgestopft habe mit Essen und so, also nicht vollgestopft, sondern fast vollgestopft, wenn ich fertig gegessen habe, können wir jetzt auch weitermachen. Ich glaube, auf Saskow waren wir noch nicht fertig. Ich nehme mal jetzt zurück. Und ja, auf jeden Fall wollten wir hier noch das System fertig machen. Das sind noch ein paar Planeten, ich glaube, das ist der vorletzte. Und dann hoffe ich, wir finden hier ein paar Ressourcen, ein paar gute Ressourcen, wie beispielsweise Platin oder Element Zero. So, und, so, ich hoffe mal, nach diesem Part werden wir erstmal unsere Ruhe haben, weil zur Zeit haben wir ja, glaube ich, also ich denke mal, ich sehe jetzt mal die Zukunft, ich denke mal, nach diesem Part werden wir ungefähr über 100.000 Iridium haben, über 50.000 Platin haben, über 100.000 Palladium haben. Und ich denke mal, und ich hoffe mal, das wird auch erstmal reichen. Und ja, meine Ziele für den nächsten Part sollen eigentlich bekannt sein. Nein, wir wollen Mordin, Solus und Krunt helfen. Auf dem einen Planeten, ich weiß, ob ich mal wieder heiße. Wie heißt der Planeten nochmal? Wie heißt der Planeten nochmal? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Schummer mehr. So, ähm... So, ich brauche hier erstmal ein kleines bisschen... Von Platin? Come on! So! Ich muss mal schnell... Ich verprüfe immer mein Headset, obwohl es an ist, weil ich habe immer Angst, dass es irgendwie aus ist oder so und dann, dann, ihr wisst ja, muss ich am Ende alles noch gut ziehen haben. Oh ja, wenig, das ist jetzt in jedem Party. Wisst ihr was? Ich... Ich versuche es mir abzugewöhnen, dass ich... Ähm, mein Fates euch berichte, weil ich mache mich sonst nur noch hier zum Affen. Das will ich ja nicht. So, auf jeden Fall. Hm. Oh. Hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Haha, nee. Ähm. Come on, ich war doch hier gerade bei so einem Mega-Hügel. Genau. Auf iridium... Auf einen iridium-Hügel waren wir. Ich schaue euch mal die Planeten-Oberfläche genauer an. So richtig käsehaftig. Ich möchte da mal reinbeißen. Nee, jetzt nicht, aber ich habe gerade für erst gegessen. Aber vielleicht später mal. So, und äh... Lecker Planeten. Ich bin ein Reaper und esse gern Planeten. So, äh... Zack. Erstmal wieder ein bisschen... ...in dem. Und so ein bisschen... ...Palladium vielleicht. Und ein bisschen iridium. Da oben ist auch keiner dabei. So... Wisst ihr was? Ich gehe jetzt mal gleich zur Mine, wenn wir noch den und den nächsten Planeten in diesem System erkundet haben, werde ich jetzt mal hier irgendwie mir so eine... Element Zero-Mine vornehmen und da alles plündern, was zu plündern geht. So, haben wir hier oben noch ein paar Resources. Hier. Ja, hier ist ein kleiner Berg. Starte Sonde. So, ah, Planeten ist abgebaut. Jetzt gehen wir mal gleich zum nächsten Planeten. Planet. Das ist der letzte in diesem System. Nee, in dieser Galaxie. Planetor. So, mittlere Ressourcen vorkommen. Na, besser ist nichts. Dann haben wir jede von uns doch noch ein bisschen Platin gehabt. Sonde gestartet. Oh, hier, hier ganz, 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 ganz viel Platin. Sonde unterwegs. So, und dann... ...brauchen wir noch ein kleines bisschen. Dann haben wir bald 50.000 Platin. Und ich hoffe mal, das reicht. Sonde unterwegs. Es sei denn, es kommt wieder unten ein Schiffs-Upgrade, das 50.000 Platinen kostet. Dann sind wir wieder bei Null. Das wäre ziemlich schade. Sonde unterwegs. So, come on, hier. Es scheint ein platinreicher Planet zu sein. Starte, Sonde. Starte, Sonde. Starte mal die Sonde. Hahaha. Bin nicht witzig. So, come on. So, eine Menge Platin wieder hier am Start. Oh, komm. Wir brauchen jetzt die 50.000 Platinen. Wenn wir es schaffen, auf diesem Planeten noch die 50.000 Platinen zusammen zu kratzen. Dann sind wir cool. Und hier sind dann die coolsten. So, come on. Ich habe wieder gerade einen kleinen Berg gesehen. So, komm, 50.000. Verdammt. Ach, 200. Ich scanne erstmal oben alles ab. Ob da noch was ist. Zweifle ich zurzeit. Hier unten ist hier unten noch was. Meine Maus, die fällt fast vom Tisch hier, weil ich die ganze Zeit mit der Maus da drehe. 25 Sonnen haben wir noch. Ziemlich wenig. Ah, hier Platinen. Komm, jetzt sind es die 50.000. Das weiß ich. Perfekt. 50.000. So, und jetzt gehen wir mal hier schnell zum kommigen Ressourcenvorkommen von Element Zero. Auf zu Chunker müssen wir dann. Hier ist es mir der Planeten damit eingefallen. Hey, was ist denn das hier? So, 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 so. Treibstoffdepot. Erstmal wieder ein bisschen Treibstoff nachfüllen. Ein bisschen was in Sonde investieren. So, zum Massenportal. So, 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 Massenportal. Wo hatten wir hier? Planet reich an Element Zero. Geil. Reich an Element Zero. Reich an Element Zero. Ah, hier. In der Galaxie Amun. Relikt. Es gibt eine Galaxie namens Relikt. So, Planet reich an Element Zero. E Zero. Hahaha. Wir sind so lustig. So, System angeflogen. Und, ah, hier. Anur. Ich hoffe, es tut sich. Oh, alter. Wie alles wieder in die Lüfte springt. Boah, der Planet, der ist so heftig. Junge. Der Planet, der ist so heftig. Boah, Junge. Ich scanne nochmal kurz einen Millimeter und dann springt schon alles wieder in die Lüfte. Ich brauche mehr von solchen Planeten. So, aber Element Zero haben wir seit nichts gefunden. Zuletzt. Ah, hier. Boah. Element Zero. Boah, so viel hatte ich da nie gehabt. Geil. Element Zero ist ziemlich selten, oder? Start der Sonde. Platin ohne Ende. Nochmal Platin. Element Zero. Oh, alter. Ein Traum ist das hier. 60.000 haben wir gleich wieder. Wir haben fast 10.000 Platin auf einem einzigen Planeten gesammelt. Das ist ja heftig. So. So. Ah, hier. Oh, Element Zero. Oh, ein Traum ist das hier. Wir schaffen locker noch die 10.000 von Element Zero. Ah. Schon eingetreten. Kommt. Gib mir noch mehr Platin. Ich will die 75.000 diesmal knappen. Niedrig. Element Zero ohne Ende. Hammer. Boah. Hammer. Hammer. Wow, Palladium. Ohne Ende wieder. Hier haben wir doch gerade was gehabt. Geht noch ein bisschen höher, der Berg. Ja, perfekte Element Zero. Fast 15.000 hier. So, und ich glaube, wir haben erstmal für die Zukunft ein bisschen gesorgt. Und ich weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt habe, aber ich werde es jetzt so machen. Nicht alle fünf Parts immer Ressourcen suchen und so, sondern halt immer Ressourcen suchen, wenn wir fast nichts mehr haben. Ein bisschen sichern. Absichern für die Zukunft, falls noch was kommen sollte. Der größte Fälle wäre jetzt, wenn wir, nachdem wir zwei Ressourcen zu Parts wieder gemacht haben, wenn wir danach genau die letzte Mission machen müssen. Das wäre dann komisch, ne? Und fählig. Sitzen wir da zwei Parts lang, machen so ein Ressourcen und so, und dann kommt die letzte Mission. Und dann können wir nichts mehr upgraden. Das wäre dann doch ziemlich doof, oder? So, nehme ich noch ein bisschen von diesem Paladium hier mit. Und der Planet ist abgebaut. Das ist ja herrlich. Planet Reich an den MCO. Wie sieht es mit dem Planeten hier aus? Oh, der ist so nah, da ist Sonne dran. Platin. Element Zero. Ich habe irgendwie das Gefühl, in dieser Galaxie ist ziemlich für Element Zero verteilt. Schaut euch das mal hier an, wieder hier. So, Moment. So, ähm. Ich musste nochmal gerade schnell was erledigen. Das ist schon wieder, ähm, wie im, wie im Vorregungsressourcen-Supporter war ich erstmal im Wind drin weg. Aber ihr habt davon nichts gemerkt. So, wie bei Iridium. Oh, so viel. Da fragt man sich manchmal, ne, wie das alles auf einem Schiff passen kann. Aber ich weiß ja nicht, wie groß oder wie viel oder, ähm, Iridium ist oder wie das aussieht. Vielleicht sind das einfach noch ein paar kleine Steinchen oder so. Aber ich labere gerade bestimmt wieder Scheiße. Hey, das Wort sage ich nicht wieder. Das, das Wort war böse. Hey, das, das, das Wort war böse, oder? Es tut mir leid. Oh. 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 Oh, Mann. Ressourcen-Gasmus. Oh, Mann. So viel Ressourcen. Sonde unterwegs. Ich bekomme einen Ressourcen-Gasmus. Oh ja, ihr habt richtig gehört. Ressourcen-Gasmus. Hahaha. 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 Ich sollte wirklich aufhören, uns damit so zu lachen. Sonde unterwegs. Stimmt, wird mich mein Freund wieder, äh, am Ende anschreiben in Skype. Ey, hast du gelitten oder so? Ich habe mir gerade den Let's Play, äh, Part 60 angesehen, wo du ein paar Ressourcen gesammelt hast und so. Da würde ich erst mal fragen, ob ich gelitten habe und so. Das fragt ihr mich jedes Mal, wenn da meine Let's Plays anschaut. Und das sage ich immer nur wieder. Ich habe gelitten. Hahaha. Nein, habe ich nicht. So. Komm hier, Ritium. Hallo, Ritium. Hey, Ritium. Hey, hey. Sonde gestartet. So, und, ähm, im nächsten Ressourcen-Such-Part werde ich mir wahrscheinlich, also die, der Ressourcen-Such-Part kommt natürlich etwas später, ne? Äh, und werde ich wahrscheinlich mir ein paar Planeten raussuchen, wo viel Element Zero und Platin drauf ist. Ich werde mir nichts raussuchen, das lasse ich wieder bringen und Toaster für mich, ja, Google. So, und, äh, werde ich mir aber schöne Planeten raussuchen. Dann werden wir den mal ein bisschen abforschen. Noch Element Zero. Starte Sonde. Hm. So, ich, oh, das ist ein Traum. Palladium. Starte Sonde. Jetzt haben wir genau 100.000 Palladium. Okay, nicht genauer, das ist ein bisschen mehr, aber, äh, ja, Palladium ist Palladium. Und ich hab, shit, ich hab nur noch 8 Minuten Zeit. Ich hab ja vorher gesehen, dass wir mehr als, ähm, 75.000 Platin haben werden und bis jetzt haben wir 66.000, das wird ziemlich knapp. Ich brauch mehr Platin. Sonst bin ich ein schlechter Vorherseher, Mensch. So. Waren wir grad im Planeten drin, ne? Anomalie geortet. Was? Wir können das doch jetzt nicht machen. Starte Sonde. Nein, ich, ich, ich erkunde erstmal den Planeten und dann können wir das ja in der nächsten Folge noch mal machen. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Was ist denn das wieder für eine Nachricht? Ey, die macht mir Angst. So. Nein, ich brauch kein Palladium, ich brauch Platin. Boah. Palladium springt ich hier wie verrückt rum. Was ist denn die Nachricht da im Hintergrund? Sonde gestartet. Status des Systemanwenders unbekannt. Warte Folge. Ich sag da nur, verrückte Welt. Starte Sonde. Starte Sonde. Starte Sonde. Systemanwenders unbekannt. Allgemeine Notung. Sender Automatik abriffen. Oh, wenn ihr Probleme habt, dann... Status des Systemanwenders unbekannt. Allgemeine Notung. Wende Automatik abgebrochen. Übersetzungsmängel. Starte Sonde. Wir müssen uns mal den Planeten Knife merken. Stand der Sonde nicht. Ich komm, wir bauen noch die Planeten ab. Und dann... Folgen wir da mal der Anomalie. Nein, das hab ich grad nicht gesehen, dass da ein weißer Punkt war. Nein, nein, nein. Gibt's denn nirgends noch ein bisschen Platin? Bitte. Ja. Nein. Das ist wieder... Ah, verdammt. Da stehen die ganze Zeit unten Tipps, dass wir irgendwie dem weißen Pfeil folgen müssen. Aber das mach ich jetzt nicht. Seid auch mal ruhig hier. Sonde gestartet. Du machst mich mal nervös. Das macht mich nervös, der Typ. Nein. Ich werde deiner Anomalie jetzt nicht folgen. So. 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 Gut. Hä? Wir finden nichts. Ach komm, wir folgen jetzt einfach der Anomalie. Scheiß drauf. Scheiß auf die 75.000 Platinen. Ich wollte doch auch mal cool sein. Okay. Sonde unterwegs. Da ist etwas auf unseren Sensoren. Aufhängig Scans melden. Der Swag eines Frachters um keine Konfiguration. Schade am Schiff. Katastrophal. Bewegung registriert. Aber keine Anzeichen von Leben. Landen wir jetzt mal. Und dann würde ich sagen, das erkunden wir gleich mal im nächsten Part. Weil ich denke, in diesem Part werden wir das nicht mehr schaffen. Okay. Mal sehen. Wir nehmen. Ach ja, die sind jetzt loyal. Geil. Geil. Neuen Outfits. Ja. Ich finde das am besten. So. Und wir nehmen jetzt meinen Krunt mit da. Ah, der hat auch noch kein neues Outfit. Aber die sind beide cool. Ich nehme die beiden jetzt. Die sind cool. So. Der Krunt hat bestimmt viele Punkte. Habe ich doch gesagt. So. Wir machen hier bestimmt wieder mal. Äh. Vierer Füßen. Ja. Komm. Ne. Wir machen das hier. Wirkungsradius. Das ist vielleicht ein bisschen effektiver. Dann haben wir beim Krunt irgendwelche Waffen, die ein bisschen veraltet sind. Ja. Komm. Wir rüsten jetzt bei unserem Chubbill auch mal die Waffe aus. Oh. Ich möchte auch so eine Plasma-Schruttflinde haben. Hier genau. Und machen wir mal schweres Gewehr. Wer? What the fuck? What's happened here? So. Ein Sandsturm nähert sich von Nordwesten. Weiteres Vorrücken mit erhöhter Vorsicht. So, erstmal speichern und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Abonnieren, kommentieren, bewerben, aufpassen, das bleibt mich. Ich habe mich gefreut, dass ihr wieder zugesehen habt und vielleicht auch nicht. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge auch wieder ein, denn da wird es wieder richtig spannend. Und wir gehen ein paar Loyalitätsmissionen nach und so weiter und so fort. Und ja, ich verabschiede mich hiermit. Bye-bye und bis zum nächsten Mal. BZW, bis später. Habe ich schon gespeichert? Jetzt habe ich gespeichert. Okay.